So verarschen uns alle Minecraft-Youtuber. Schaut euch das an. So sieht das bei jedem YouTuber aus. Was ist das? Ich habe so etwas noch nie in echt gesehen. Warum sieht genau dieser YouTuber das? So sieht das jeder Zuschauer. Und wartet ab, wartet ab. Und der baut jetzt hier auch noch Pixel für Pixel ab? So, jetzt zeige ich euch, wie sie uns verarschen. So machen das nämlich die YouTuber. Ja, schaut euch das an. Niemals hätte ich das gedacht, dass das hier funktioniert. Wer kennt das jetzt? Einen Daumen nach oben da lassen. Und so verachten uns alle Minecraft-Youtuber in Deutschland. Denn so hat er das Ganze gemacht.